Servus und willkommen zu Let's Play World of Warcraft. Was ich heute vorhabe, habe ich glaube schon im letzten Video erwähnt. Äh, großartiges Lack, fängt super an, ich freue mich schon richtig. Nein, wir sind hier in Eisenschmieders, aber eigentlich sollte sich das gleich legen. Hm. Äh, egal, was ich heute vorhabe ist, erst einmal kurz ins Auktionshaus zu schauen und ein wenig shoppen zu gehen, und zwar für die Quest, die wir im Schlingendorntal angenommen haben. Dort müssen wir nämlich Seiten finden von einem Buch, das nennt sich die grünen Hügel des Schlingendorntals und die werden wir im AHA kaufen, weil ich keinen Bock habe, die alle einzusammeln. Das sind, das dauert ewig, weil das sind Random Drops, das ist einfach, wah, ja, das dauert wieder ewig, bis sich hier irgendwas, deswegen mag ich Eisenschmiede eigentlich nicht gerne aufnehmen. Äh, die grünen Hügel des Blah. So, hier haben wir sie doch. Ähm, Teil 4, na, wir sortieren mal nach Namen, sonst komme ich hier ganz durcheinander. So, Nummer 1 haben wir, Seite 1, Blah, haben wir hier Seite 10, ist mir zu teuer, 2 Gold, habt ihr gekifft? Was soll das denn? Seite 14, alter, was sind das für Preise, mal ernsthaft. Seite 18, ja gut, Seite 18 geht noch für 1 Gold, 2. Dann haben wir hier Seite 20, nehmen wir auch noch mit, für 69 Cent, äh, Silber, ja, Cent, ja, genau. Also, 69 Cent natürlich, äh, das sieht auch nicht schlecht aus, 1 Gold, Seite 21, so, Seite 24, alter, 2 Gold 50, ey, was soll denn diese Preise, mal ernsthaft? So, Seite 25 kostet nur, ähm, 1 Gold, okay, das geht. Seite 26, 76, Silber, okay, haben wir auch noch. Sieh, halt, 3, fuck you, 3 Gold, ich geb dir gleich 3 Gold in die Fresse. 1 Gold, ähm, da, so, jetzt bin ich trotzdem wieder durcheinander gekommen mit den ganzen Nummern, es hat irgendwie nichts gebracht, so, im Endeffekt. Ja, müssen wir mal gucken. Wenigstens hat es aufgehört zu laggen, ein Vorteil. So, schauen wir da mal durch. Großartig, jetzt brauchen wir nur noch Seite 8. Alle von 10 bis 16, toll, 24 und 27. Damit wir uns das leisten können, rauben wir gerade mal die Gildenbank aus. Nein, wieso kann ich denn nichts abheben? Oh, fuck you, Leute, was soll denn das? Ist ja unglaublich. Hey, das ist... Da, 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 da. Unfassbar. Ich weiß nicht, ich bin Gildenmeister in der Gilde und ich kann nichts abheben, ey. So, ich brauche nur Seite 8. Zwei Gold 50, ey. Nee. Puh. Dann warte ich halt nur mit der Quest. Ich bezahle keine zwei Gold 50 für die Scheiße. Das, 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 so blöd bin ich echt nicht. Also, ganz ehrlich. Ja. Okay, wir müssen zurück nach Schlingendental, um dort weiter zu questen. Dazu nehmen wir unseren Ruhestein nach Demmerwald und fliegen weiter nach, äh, zum Rebellenlager hier unten. Ah, ich hab den... Ich bin auch so geistesabwesend wieder mal, das ist unfassbar. So, wie lange dauert denn der beschissene Flug? Ach, 48 Sekunden, da tue ich euch... Das tue ich euch jetzt einfach mal an. So dreist bin ich, euch diese 48 Sekunden Flugzeit anzutun. Außerdem sind wir den Weg eh noch nicht geflogen, also. First time. Gut, ist jetzt auch nicht so spektakulär, muss man sagen. So, wir müssen dann da Panther und Tiger jagen und irgendwelche Dschungelkämpfer umhauen. Bata Illich und so. Die Dschungelkämpfer. Das Schöne ist, dass alles so ziemlich auf einer Ecke hier... Die Panther müssten hier... Oh, da ist ein Hordler. Aber der ist zum Glück nicht aggressiv. Ey, wieso... Wer bist du denn? Oh, das ist ein NPC, gut. Ich dachte schon, da kloppt mir jemand die Mobs weg. Das wäre ja jetzt... Das wäre ja jetzt echt dreist. Oh, wo kommt der NPC her? Mal ganz ernsthaft. Wer bist du? Das kann ich für euch tun. Ja, großartig. Schönen Tag. Ja. Was auch immer du hier machst, geh weg. Das sind meine Mobs. Noch mehr von denen. Da haben wir noch zwei. Ja, ich könnte auch mal wieder Bomben. Ich bin hier auch ein bisschen zu passiv gerade. Bomben ist natürlich viel schöner. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wieso krittet das nur links? Was soll denn das? Ich bin hier doch nicht. Wunderbar. Da ist der nächste. Vier Stück noch. Moment. Eins, zwei, drei. Schade, nur drei. Egal, die zieme zusammen. Die zieme zusammen. Oh, vier. Vier. Jawohl. Komm her. So. Wunderschön. Jetzt wird gebombt. Down. Und down. Wunderschön. So wird das gemacht, Leute. So wird das gemacht. Ach, verdammt. Jetzt wollte ich mir noch Brot machen, aber keinen Manner mehr. Hätte ich auch mal einfach am Anfang machen können, aber... Ja gut, ich... Als ob ich mitdenken würde. Ja, wir wollen ja jetzt nicht bei Part 100 mit was Neuem beginnen, also... So, das sollte reichen an Regen. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Quest. Die ist hier oben. Da müssen wir... Medizin-Männer killen und irgendwelche kurzen Männer killen. Ach nee, die heißen Kortsense-Männer, okay. Hier sind... Ja, Medizinmann. Du Vogel. Komm her. Das kann bitter werden, wenn man hier zwei, drei Medizin-Männer pullt, weil die heilen sich gegenseitig konstant hoch und irgendwann bist du einfach O.M. und dann bist du ziemlich am Arsch. Aber... Ich pulse trotzdem alle zusammen, einfach weil ich's kann. Na, kommt her. Ja, jetzt heilt er sich schon wieder, der Arsch. Du Arschloch. So, jetzt war's das mit Heilung. Perfekt, das sind wieder zwei Quests in einem. Hab ich gar nicht gemerkt. Ah doch, hier muss ich was holen und die auch noch killen. Das ist natürlich perfekt, also... Das gefällt mir immer ganz gut, wenn man zwei Quests auf einmal machen kann. Wat will ich mehr? Ich renne da rein, bomb alles weg, zwei Quests fertig. Also Magier ist echt die Klasse, die mit am schnellsten levelt, muss ich momentan mal festhalten. So, voll gereckt und... Joa, äh, da haben wir ne schöne Gruppe, die man pullen kann. Und wir werden das jetzt... Naja, erstmal buffe ich mich wieder. Was ist dat denn? Äh, ich werde mich jetzt hier voll da rein stürzen. Nach bester... Mann, hier? Hier seht ihr schon, was ich meinte. Die heilen sich jetzt gegenseitig halt hoch. Ich hab ihnen den einen unterbrochen, deswegen... ...ist zumindest einer von beiden tot. Ansonsten wären jetzt beide noch am Leben. Und dann kann's schon mal knapp werden, aber... Hm, im Durchschnitt nicht so wirklich. So, hätten wir das auch. Ähm... Zwei von sieben, jihey. So, da haben wir auch noch drei? Drei, ja. Oh, das sind aber... Ah, das war schlecht. Das war ganz schlecht. Das war richtig ganz schlecht. Oh, nochmal Glück gehabt. Jetzt haben wir nur noch... Boah, naja. Glück kann man nicht sagen. Ist immer noch scheiße. Gut, lief doch besser als erwartet. Also, ich hatte gerade, ähm... Drei? Drei Medizinmänner. Und das ist ungesund. Das ist extrem ungesund. Ich musste mir auch meinen Mannersmaragd hier reinhauen. Aber es ging ja doch noch ganz gut. Ey, drei Dschungelkämpfer. Das ist auch nicht schlecht. So. Eben hervorrufen, weil ich hab keinen Bock, ewig Manners zu regnen. Das ist ja auch nicht grad... ...sehenswert. Ach, komm her. Oh, oh. Oh, das sind schon wieder sehr viele. Ähm... Ja, komm her, Alter. So. Jetzt gib it off's Mowl. Das Wichtigste ist immer, die Heilung so ein bisschen zu unterbrechen. Mit Gegenzauber. Das mach ich also ganz automatisch. Ich sag's nur, weil vielleicht... ...wenn jemand hier Magier spielt und sich das ein bisschen als Guide anguckt. So ein paar Tipps geben. Übrigens wurde ich drauf hingewiesen, da ich im letzten Video vergessen hatte, den Schamanen zu erwähnen. Bei meinen Klassenempfehlungen. Und der Schamanen ist natürlich mit ganz oben auf der Liste der Chars für Neubeginner. Am besten ist der Verstärker zu spielen, weil er halt, ähm... ...ja, ich sag mal, sehr viel kloppen kann ohne große Downtimes. Ist so ein bisschen wie der Druide unter den Shammies. Also, man kann eigentlich... ...man hat also gute... ...obwohl ich dann doch mehr den Druiden empfehlen würde. Aber der Shammie ist auch nicht schlecht. Also, wirklich nicht schlecht. Der ist nicht so schön wie der Druide, aber... ...fast. ...Ele hingegen ist sehr Downtime-lastig, deswegen würde ich halt Verstärker empfehlen. Verstärker ist da schon besser. Als Ele hat man... ...zwei, drei Mobs und dann muss man wieder Mana regen. Das ist nicht so schön. Ich muss hier kurz einen Cut machen.